Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass doch so zahlreich gekommen sind und ich hoffe, Sie freuen sich auch, dass wieder das Ganze in Präsenz stattfindet und wir uns direkt sehen und auch direkt danach miteinander sprechen können. In Zeiten wie heute liegen natürlich manche Vergleiche oder manche Anspielungen nahe, als ich Ende letzten Jahres mir überlegt habe, diese Vortragsreihe mit dem Namen Umbrüchen zu starten. Da wusste ich natürlich noch nicht, dass Olaf Scholz am 24. Februar Folgendes von sich gibt. Wir erleben eine Zeit und das bedeutet, die Welt ist danach nicht mehr dieselbe, wie die Welt davor war. Er sprach auch von der Zeitenwende. An solche Wenden habe ich natürlich damals nicht gedacht und die Frage ist natürlich, ob diese Wenden irgendwelche Auswirkungen auf die Philosophie haben. Ich denke mir, wenn man vielleicht über Killertronen schreibt, dann könnte es sein, dass man heute vielleicht andere Ansichten vertritt, wie noch vor dem 24. Februar. Ich weiß es nicht. An was ich schon eher gedacht habe, war an Naturkatastrophen wie das Erdbeben von Lissabon, was ja bekanntermaßen Auswirkungen oder Spuren in der Philosophie hinterließ. Und damit komme ich schon ein bisschen hier zu dieser Reihe. Über diese Auswirkungen bei Kant wird Oliver Scholz, also nicht Olaf Scholz, einen Vortrag halten. Woran ich noch eher dachte, waren vielleicht geschichtliche Ereignisse wie Revolutionen, wie zum Beispiel die französische Revolution, über die Sebastian Ostrich hier einen Vortrag halten wird. Und auch an gescheiterte Revolutionen wie 1848, über die Michael Weingarten ein Vortrag halten wird. Aber wenn ich ehrlich bin, der Grund, warum mir diese Idee kam, war eher der, dass ich nicht unbedingt auf dem Lehnstuhl, aber am Schreibtisch saß, philosophische Texte gelesen habe. Unter anderem habe ich immer wieder mal den Versuch gemacht, in die Kritik der Urteilskraft reinzuschauen von Kant und mich dann gefragt, wie kann es passieren, dass ein Mensch auf einmal so etwas schreibt und das scheint mir in gewisser Hinsicht etwas ganz, ganz Neues zu sein. Und das sind eigentlich die Dinge, die mich dazu führten oder die mich auf die Idee brachten, über philosophische Umbrüche eine Vortragsreihe zu organisieren. Wie kommt es dazu, dass Menschen auf einmal Texte schreiben, die scheinbar ganz, ganz neu sind und ganz, ganz Neues in die Welt setzen und auch so sagen, die Nachfolger, Folgerinnen ganz, so sagen, auf neue Weise philosophieren. Und ich bin kein Philosophiehistoriker und bin auch in der Philosophiegeschichte eher schwach, aber man denkt natürlich, ich habe natürlich an Dinge gedacht wie an den Descartes, den Sie alle kennenlernen, die Meditationen, ja auf einmal, wie kommt es auch mal zu so einem Umschwung. Oder an den besagten Kant oder auch an Wittgensteins Traktat über diese Umschwünge, die wurden ja dann manchmal auch mit diesen, sozusagen mit den kopenikanischen Wänden verglichen. Also wie kommt es dazu, dass auf einmal so etwas scheinbar ganz, ganz Neues geschieht. Vielleicht geschieht das Neue nur für jemanden, so ganz, ganz neu, der sich so schlecht auskennt wie ich. Aber zumindest das ist sozusagen, was mich interessiert und worauf ich hoffe, hier gewisse Antworten zu bekommen von Menschen, die sich sehr, sehr gut auskennen in ihrem Gebiet. Und ich denke mir, es liegt natürlich so ein bisschen nahe, wenn man sich überlegt, womit diese ganze Geschichte hier angefangen hat, die wir jetzt hier betreiben, dann liegt es natürlich sehr, sehr nahe an die sogenannte sokratische Wende zu denken, die, ich weiß es nicht, was Frau Friede sagen wird, ja, aber mit der doch vielleicht unser ganzes Unternehmen hier gestartet ist. Soweit zu meinen Überlegungen, also meine Überlegungen zu dieser Vortragsreihe und ich hoffe, dass Sie und auch ich, dass wir viel lernen können, wie es zu diesen Umbrüchen kam. Mir ist, also das sage ich jetzt nicht so, nur weil ich es so sage, ich freue mich sehr, dass Frau Friede heute diese Vortragsreihe startet, weil ich denke mir, man kann sie ohne weiteres als die Grand Dame der deutschen Philosophie bezeichnen und darum finde ich es umso schöner, dass Sie heute beginnen. Ich möchte ganz, ganz kurz einiges zu Frau Friede sagen. Sie hat in Hamburg angefangen zu studieren, Germanistik und Musikwissenschaft. Ich bin immer groß, irgendwas zu Falsches zu sagen, Sie verbessern mich. Dann hat sie in Göttingen Philosophie und klassische Philologie studiert, auch bei Günter Patzig, hat promoviert und war danach an sehr, sehr, sehr vielen Universitäten, hat sie gelehrt. Ich nenne nur einige, Barclays, Stanford, Rutgers, University of Pennsylvania und, und, und. Und hat 1991 eine Professur in Hamburg bekommen für Antike Philosophie und dort war sie auch bis zu ihrer Emeritierung und seit 2015, ich hoffe, ich habe es richtig aufgetrieben, sind sie Visiting-Professor an der Universität of Toronto. Und ihre Forschungsschwerpunkte, ich glaube, da war sie sehr bescheiden, andere würden da mehr hinschreiben. In Anbetracht, was sie alles sogar geleistet hat, Antike Philosophie und Spätartinke, Vorsorgungskalatiker, Platon, Aristoteles, Hellenismus und, ich denke mir auch über Heidegger hat sie mehr geschrieben und, und, und. Aber das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Jetzt eine Warnung. Wenn Sie sich die Publikationen von Frau Frede anschauen, dann ist es zumindest mir gegangen, wie wenn ich in der alten Pinnakothek vor dem Himmelsstürzen von Rubens stehe. Ich komme mir sehr, sehr, sehr klein vor und es ist, was sie geschrieben hat, ist unendlich viel und an unendlich guten Publikationsorten, das ist wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend. Weil es so beeindruckend ist, wusste ich auch gar nicht, was ich da hervorheben wollte. Und deswegen, wenn Sie Mut haben, dann schauen Sie da mal auf die Liste und Sie werden wirklich sehr erstaunt sein. Gut, und wie schon gesagt, Frau Frede wird heute mit einem Vortrag beginnen, mit dem Titel Zur sokratischen Wende Ein Umbruch von weltgeschichtlicher Ausmaß. Vielen Dank. Kommt hier auch nur ein Handout. Können Sie mich hören? Ja, ich freue mich natürlich, hier zu sein. Es ist ja sehr schön, dass man Leute wieder richtig sieht und nicht bloß in Briefmarkengröße auf dem Computer. Deswegen bin ich also auch gern gekommen. Aber zunächst will ich etwas sagen zu meinem, dem vollmundigen Titel meines Vortrags. In der Philosophiegeschichte hat man seit Alters her die Anhänger von Philosophen nach ihren Leitsternen benannt. Das war schon in der Antike so. Es gab Pythagorea, Platoniker, Aristoteliker, Epikorea, Pyronäer und so weiter. Auch in der Neuzeit hat sich diese Tradition fortgesetzt. So gibt es Cartesianer, Leibnizianer, Kantianer, Hegelianer, Heideggerianer, um nur einige der bekanntesten zu nennen. Außer Sokrates gibt es aber keinen anderen Philosophen, der auch noch der Epoche vor ihm seinen Namen gegeben hätte, den Vorsokratikern. Dergleichen gibt es weder bei Descartes noch bei Kant noch bei sonst irgendjemandem. Der Ausdruck Vorsokratiker, der inzwischen weltweit wie selbstverständlich verwendet wird, stammt aber nicht aus der Antike, sondern aus der Neuzeit, und zwar aus Deutschland. Urheber war aber nicht etwa Hermann Diels, wie man das oft meint, der hat nur die Fragmente herausgegeben. Diels selbst verwendet den Ausdruck aber schon wie eine Selbstverständlichkeit. In der Tat findet man die Bezeichnung Vorsokratiker schon viel früher. So gebraucht Eduard Zeller sie kommentarlos in seiner berühmten Philosophiegeschichte. Bei Hegel findet sich der Ausdruck allerdings nicht, weil er in Sokrates keinen Umbruch gesehen hat. Hegel behandelt ihn zusammen mit den Sophisten und den sogenannten Sokratekern in einem Kapitel und setzt sie gegen Platon und Aristoteles ab. Der Ausdruck findet sich aber bereits in der Philosophiegeschichte im 18. Jahrhundert von Johann August Eberhardt und erscheint dann allgemeine Verbreitung gefunden zu haben. Und wie gesagt, heutzutage sprechen die Leute auf der ganzen Welt von Vorsokratikern. Die Frage ist aber natürlich nicht, wann der Ausdruck aufgekommen ist, sondern ob und warum er berechtigt ist. Welche weltumwälzenden Erkenntnisse verdanken sich denn Sokrates derart, dass man seine Vorgänger in Bausch und Bogen so kennzeichnet? Schließlich hat Sokrates nichts geschrieben und er hat sich auch noch etwas darauf zugute getan, niemanden etwas gelehrt zu haben, so wie er auch auf sein Nichtwissen gepocht hat. Es ist also ein gewisses Paradox um Sokrates nichts geschrieben, nichts gelehrt und nichts gewusst. In der Antike sind zwar die Anhänger des Sokrates als Sokratikoi, als Sokratiker bezeichnet worden, von Vorsokratikern war aber, wie gesagt, nicht die Rede. Nun präsentiert Platon uns seinen Sokrates als den Philosophen schlechthin, und zwar bis ins hohe Alter. Aber gerade deswegen könnte man da natürlich misstrauisch sein, denn Sokrates tritt bei Platon in vielen verschiedenen Rollen auf und sagt auch vieles, was der historische Sokrates sicher nie gesagt hat. Sokrates und Platon auseinander zu dividieren, ist aber ein sehr mühsames Geschäft, in das wir hier nicht eintreten können. Sie werden vielleicht von Streitigkeiten heutzutage über den sokratischen Platon im Unterschied zum platonischen Platon gehört haben, aber diese Frage können wir auf sich beruhen lassen. Ein viel unverfänglicherer Zeuge hinsichtlich der historischen Bedeutung des Sokrates als Platon ist dagegen Aristoteles. Der bringt nämlich am Anfang seiner Metaphysik eine Art Überblick über die Art und den Umfang, in dem seine Vorgänger die allgemeinen Prinzipien des Seins erfasst haben, also Metaphysik betrieben haben. Und dabei geht Aristoteles zunächst auf die frühgriechischen Naturphilosophen ein und kennt sich mit Sokrates dann in der Tat als eine Art Wende, von der Platon wesentlich beeinflusst worden ist. Das ist Text 1 auf dem Handout. Da sich Sokrates mit Fragen der Ethik beschäftigte und gar nicht mit der gesamten Natur, er aber in der Ethik das Allgemeine suchte, brachte dies Platon, der seine Ansichten aufnahm, zu der Annahme, dass die Definition auf etwas vom Seinen verschiedenen Geist geht, weil es keine allgemeine Definition von irgendeinem sinnlichen Gegenstand geben kann, da diese sich in ständiger Veränderung befinden. Mit anderen Worten, es war Sokrates, der sich statt mit der Natur, mit der Ethik beschäftigt hat und der Platon überdies zur Suche nach den unveränderlichen, nur mit dem Geist zu erfassenden Grundzügen des Seinen veranlasst hat und überdies auf definitorische Präzision Wert gelegt hat. Sokrates hat Platon also diejenigen Grundfragen stellen lassen, die Platon dann mit Hilfe seiner berühmten Ideenlehre zu lösen versucht hat. Auf Platon und seine Einstellung zu Sokrates wird gleich noch etwas näher eingehen. Aber zunächst wollen wir noch kurz bei den Vorsokratikern bleiben. Was berechtigt uns denn, sie in Bausch und Bogen so zu nennen? Schon eine kurze Befassung mit ihnen würde zeigen, dass sie keineswegs eine einheitliche Richtung eingeschlagen haben, sondern sich auf höchst unterschiedlichen Pfaden bewegt haben. Das kann hier nun nicht im Einzelnen nachgewiesen werden, aber Thales und seine Nachfolger vertraten ganz andere Vorstellungen als etwa Pythagoras oder Heraklit und ihre Anhänger. Vom Urvater der Metaphysik, Parmenides, ganz zu schweigen. So kennt man Heraklit als den Vater des Gedankens, dass alles fließt, während man Parmenides die Auffassung zuschreibt, dass alles still steht, dass es Werden vergehen und eine Vielheit nämlich gar nicht gibt. Also unterschiedlicher geht es nimmer, so kann man meinen. Wie das Zitat aus Aristoteles andeutet, ging es den vorsokratischen Philosophen aber sämtlich um die Natur und daher bezeichnet man sie zu Recht auch als Naturphilosophen. Naturwissenschaftler im modernen Sinn waren sie natürlich nicht. Sie haben vielmehr Spekulationen über die Welt angestellt und das oft auf sehr wagemutige Weise getan. So haben sie sich zum Beispiel mit der Frage des Urstoffs beschäftigt. Laut Thales ist es das Wasser, laut Heraklit das Feuer. Empedokles vertrat als erster die Vier-Elementen-Lehre, wonach alles aus Erde, Wasser, Luft und Feuer besteht. Und Demokrit hat er für Atome, also kleinste unteilbare Partikeln, verantwortlich gemacht. Auch über den Himmel haben sie sich Gedanken gemacht, das heißt über die Natur der Gestirne und darüber, was sie am Laufen erhält. Was diese bunte Schar von Philosophen eint, ist aber ihr Interesse an der Gesamtnatur und dass sie bei ihren Erklärungen nicht mehr auf die traditionellen religiösen Vorstellungen zurückgegriffen haben, also die Götter nicht mehr für die Phänomene in der Natur verantwortlich gemacht haben. Diese Bewegung hat man daher auch unter dem Schlagwort zusammengefasst, vom Mythos zum Logos. Anstelle von mythischen Erzählungen bemüht man sich um rationale Erklärungen. Mit Naturphilosophie wollte Sokrates aber allem Anschein nach gar nichts zu tun haben, sondern er hat, wie das Zitat aus Aristoteles zeigt, viel mehr ethische Fragen ins Zentrum gestellt, also Fragen nach den Standards der menschlichen Lebensführung. Woher wissen wir denn, dass das stimmt? Unser Hauptzeuge über Sokrates ist natürlich Platon, der Sokrates sozusagen von klein auf zum Sprecher seiner Philosophie gemacht hat. Vor allem in Platons sogenannten Frühdialogen geht es um ethische Fragen und es wird dort wieder und wieder gezeigt, wie Sokrates die mehr oder weniger klaren Überzeugungen seiner Mitunterredner auf Herz und Nieren prüft und mit schöner Regelmäßigkeit als haltlos erweist. In Platons späteren Dialogen ändert sich das zwar, da trägt Sokrates auch Positives vor und in manchen der späten Dialoge wird Sokrates als Hauptfigur durch andere ersetzt oder er ist gar nicht mehr da. Aber insgesamt stellen Sokrates und vor allem seine Befragungstechnik das Merkmal schlechthin dar, das Platons Werk, von dem alle anderen Philosophen unterscheidet, früheren wie späteren. Wir wissen zwar nicht genau, wann diese Dialoge entstanden sind. Platon dürfte aber bald nach Sokrates Tod, sie haben da eine Zeittafel, deswegen habe ich das aufgeschrieben, 399 mit Schreiben angefangen haben, als das für ihn und viele andere schockierende Erlebnis des Todesurteils noch frisch war und er den Athenern vor allem vor Augen führen wollte, wen sie da umgebracht hatten. In späteren Jahren tritt dieses Motiv zurück, aber Platon hat anscheinend den Athenern den Tod des Sokrates nie verziehen und auch weiterhin der sogenannten sokratischen Befragungstechnik ein Denkmal gesetzt. Das gilt vor allem für die Maxime, mit der Sokrates die Tatsache vor Gericht gerechtfertigt hat, dass er sich in Athen mit unbequemen Fragen unbeliebt gemacht hat. Das ungeprüfte Leben ist für den Menschen nicht lebenswert. Damit erklärt Sokrates dort auch seine Mission. Der Gott in Delphi hat ihn den Athenern geschickt, um sie aufzustören wie eine Stechfliege ein edles, aber faules Pferd und sie zu zwingen, sich Rechenschaft über sich selbst, über ihre Überzeugungen und über ihre Lebensweise zu geben. Platon war damals noch jung, aber nicht zu jung, um sich von Sokrates auf den Weg in die Philosophie bringen zu lassen. Wie wir von anderer Seite hören, hat Platon in seiner Jugend zuerst Tragödien verfasst, diese dann aber unter dem Eindruck des Sokrates verbrannt und sich ganz der Philosophie zugewendet. Nach dem Tod des Sokrates hat Platon Athen verlassen und war mehrere Jahre auf Reisen. Wo er überall gewesen ist, wissen wir nicht genau. Sein Besuch in Sizilien und das Zusammentreffen mit den Anhängern des Pythagoras scheinen ihn aber dazu veranlasst zu haben, in Athen eine Schule zu gründen, nämlich die sogenannte Akademie. Platon hatte sich wohl davon überzeugt, dass philosophische Gespräche auf dem Marktplatz nach der Art des Sokrates keine hinreichende nachhaltige Wirkung haben. Vielmehr wollte er eine umfassende Bildung vermitteln, die er für die richtige Lebensführung als unerlässlich angesehen hat. Zur Ethik als der dafür relevanten Disziplin kommt daher auch noch die Politik, das heißt die systematische Behandlung der Frage nach der für die Menschen angemessenen Staatsform und ihrer Ordnung. Auch damit hat sich keiner der sogenannten Vorsokratiker beschäftigt. Bleiben wir aber bei Sokrates. Woher wissen wir denn nun, dass der historische Sokrates tatsächlich mit solchen Herausforderungen aufgetreten ist, wie sie Platons Dialoge dokumentieren? Wissen tun wir das natürlich nicht. Aber da ganz Athen bei dem Prozess gegen Sokrates anwesend war, hätte Platon seiner Sache keinen Fallen gefallen damit getan, Sokrates eine ganz andersartige Rede in den Mund zu legen, als er sie tatsächlich vor Gericht gehalten hat. Uns geht es hier aber nun nicht um Platon und seine Verlässlichkeit, sondern vielmehr um das Phänomen Sokrates und seine Bedeutung für seine Zeit. Das erste uns erhaltende Zeugnis über Sokrates stammt übrigens nicht von einem Philosophen, sondern von dem Komödiendichter Aristophanes, der in dem Stück »Die Wolken« Sokrates als den Vorsteher einer Art von Schule zeigt, der in einem Korb über der Bühne schwebt und seinen Anhängern die Wolken als die eigentlichen Gottheiten präsentiert und auch sonst allerlei Wolkiges beibringt und ihnen auch zu rhetorischen Tricksereien verhilft, welche die schlechtere Sache zur Besseren machen. Diese Komödie ist 423, also viele Jahre vor dem Prozess gegen Sokrates, aufgeführt worden, als Platon noch ein kleines Kind war. Nun war die klassische Komödie eine Mischung aus Burlesque und Cabaret. Es war alles erlaubt, nicht nur Absidiotäten, sondern auch Angriffe auf anwesende Zeitgenossen und natürlich auch reichlich Unanständiges, was in der Tragödie streng verpönt war. Aber irgendeinen harten Kern musste ein Stück schon haben, sonst hätte niemand etwas Komisches daran gefunden. Karikaturen dürfen ihre Opfer nicht zur Unkenntlichkeit entstellen. Aristophanes war übrigens nicht der einzige Komödiendichter, der sich Sokrates zur Zielscheibe genommen hat. Es gab anscheinend noch zwei andere, die das auch getan haben, deren Stücke leider nicht erhalten sind. Diese Tatsache zeigt jedenfalls, dass Sokrates schon ein Vierteljahrhundert vor dem Prozess ein stadtbekanntes Unikum war, den viele schlechtweg für einen Sophisten gehalten haben. Was nun die Philosophie angeht, so ist wichtig, dass Platon weder der einzige noch auch der erste Anhänger des Sokrates war und auch nicht als erster sokratische Dialoge geschrieben hat. Leider sind uns von den anderen sogenannten Sokratikern nur die Namen bekannt und wenige Fragmente erhalten. Der einzige Zeitzeuge außer Platon, dessen Schriften erhalten sind, ist der Historiker Xenophon. Er hat seine Erinnerungen an Sokrates und auch eine Apologie, also eine Verteidigungsrede des Sokrates vor Gericht geschrieben, vermutlich in einer gewissen Konkurrenzhaltung zu Platon. Das Problem mit Sokrates ist nur, dass sein Sokrates wie ein guter Onkel auftritt, der seinen Freunden zu Weisheiten im Alltag verhilft. Nur ganz selten blitzt mal etwas Raffinierteres auf von der Art, wie wir es bei Platon finden. Es spricht aber dafür, dass der platonische Sokrates denn näher an der Wahrheit ist als der Xenophonische. Dafür spricht, dass Xenophon Sokrates ebenso harmlos daherkommt, dass überhaupt nicht zu verstehen ist, warum die Athener ihn wegen Gottlosigkeit und des Verderbens der Jugend angeklagt und zum Tode verurteilt haben sollten. Der platonische Sokrates dagegen vermittelt ein gutes Bild, wie es dazu gekommen ist und vor allem, warum konservative Athener sich durch ihn so provoziert gefühlt haben. Denn vor allem in den relativ kurzen, frühen Dialogen erlebt man sozusagen hautnah, wie achtbare athenische Bürger durch die Fragen des Sokrates in die Enge getrieben und schließlich zu dem Eingeständnis genötigt sehen, dass sie gar nicht wissen, worüber sie eigentlich reden. Das bedeutet natürlich ein Gesichtsverlust in der Öffentlichkeit und daher wundert es einen nicht, wenn sich viele Opfer des Sokrates entweder ärgerlich oder verliegend davon stehlen. Zustimmen tun überhaupt nur diejenigen, die von vornherein auf seiner Seite gestanden haben. Wer also war Sokrates und warum hat er ein solches Aufsehen erregt? Dass er ein unangepasster Sonderling war, kann es doch nicht allein gewesen sein. Vielmehr fragt man sich, warum er so erfolgreich darin war, die Aufmerksamkeit seiner Zeitgenossen auf sich zu ziehen, obwohl er, wie auch Platon wiederholt sagt, arm und hässlich und kein Mitglied der Aristokratie war. So wird er als klein, dicklich, mit Glubschaugen, einer Stülpnase und einem aufgeworfenen Mund beschrieben. In einem von Platons Dialogen wird er sogar mit einem Satür verglichen. Aber all das erklärt nicht, womit Sokrates den Nerv seiner Zeit so getroffen hat, dass ihm die Jeunesse Doré von Athen, also die reichen Jugendlichen, nachgelaufen ist und ihn nachgeahmt hat. Genau damit hat er nämlich offensichtlich den Unwillen der respektablen Bürger der Stadt erweckt, sodass man ihn mit dem Vorwurf vor Gericht gezogen hat, er verderbe die Jugend. Der Prozess war eine hochpolitische Angelegenheit. Und um die Politik muss es uns daher jetzt gehen. In der Tat lebte Sokrates in einer Zeit großer Umbrüche, politisch, sozial, aber auch intellektuell. Seine Lebenszeit 470 bis 399 fällt in die Mitte des sogenannten klassischen Zeitalters. Nun assoziieren wir mit dem klassischen griechischen Zeitalter aber doch die Hochblüte der griechischen Zivilisation, sodass es oft auch als das goldene Zeitalter bezeichnet wird. Die großen Dichter der Tragödie und der Komödie, der Lyrik, die Historiker, die Künstler, die Architekten, all das erweckt den Eindruck, es handele sich um eine blühende und stabile Zivilisation und Kultur. Dazu muss man sagen, Blüte ja, Stabilität nein. Es war nämlich zugleich eine höchst konfliktreiche Zeit. Nun haben Einteilungen in geschichtliche Epochen immer etwas Willkürliches. Aber man tut es nun mal so, die klassische Zeit lässt man mit der Einführung demokratischer Verfassungen in Athen und anderswo anfangen und mit dem Tod Alexanders des Großen enden. Das war nämlich auch zugleich das Ende der Demokratie. Und das war eine höchst bewegte Zeit, die gar nichts von Winkelmanns edler Einfalt und stiller Grüße hatte. Im 5. Jahrhundert fanden nämlich zunächst die Perser Kriege statt, die mit der Schlacht bei Marathon ihren Anfang, mit der Seeschlacht bei Salamis ihren Höhepunkt und mit der Schlacht bei Platea ihr Ende fanden. Die Beteiligung aller Volksschichten an diesen Kämpfen führte zu einer Ausweitung der bürgerlichen Rechte auch auf die unteren Schichten. Und es entstand dann die sogenannte radikale Demokratie, in der schließlich das Losverfahren über die Besetzung fast aller Ämter bestimmte und jeder männliche Bürger Sitz und Stimme in der Volksversammlung hatte. Zugleich mussten die Anführer in den politischen Debatten neuen Anforderungen gerecht werden. Rhetorisches Geschick wurde zu einer notwendigen Bedingung, vor allem wenn es um Rivalitäten zwischen politisch Ambitionierten ging. Und darum ging es in zunehmendem Maß. Denn nach der erfolgreichen Beendigung der Perser Kriege bestimmten auch der persönliche Ehrgeiz und unterschiedliche Zielsetzungen die Politik. Das gilt nicht nur für die Politik innerhalb Athens, sondern auch für die Außenpolitik. Nachdem Athen zur führenden Macht Griechenlands aufgestiegen war, kam es nicht nur zu Konflikten mit Sparta der anderen Macht, sondern auch zu einer zunehmend aggressiven Politik der Athener gegenüber ihren Bundesgenossen. Aus einem freiwilligen Zusammenschluss gegen die Perser wurde ein Zwangsverband dessen Kasse man nach Athen brachte. Nicht alle haben diese Entwicklung gut geheißen, denn was sich aus der Ferne wie das goldene Zeitalter der athenischen Demokratie ausnimmt, war keine Zeit des inneren Friedens, sondern eine Zeit ständiger Spannungen zwischen politischen Rivalen. Wer konnte, versuchte seine Rivalen auszustechen und wenn möglich sie sogar per Scherbengericht für zehn Jahre aus dem Land zu verbannen. dieses Verfahren der Ostrakismos, das Scherbengericht hatte ursprünglich die Funktion, Politiker mit allzu viel Macht oder mit allzu großem Reichtum für eine gewisse Zeit aus Athen fernzuhalten. Wie Aristoteles zu dieser Institution anmerkt, wurde das Verfahren aber oft gar nicht zum Wohl der Gemeinschaft angewendet, sondern zu einem rücksichtlosen Mittel der Parteienpolitik. Man stelle sich mal vor, wir könnten jedes Jahr einen Politiker für zehn Jahre aus dem Land schicken. Manchmal traf es die besonders Fähigen, die man dann in Notzeiten vorzeitig zurückrufen musste, weil man sie brauchte. Die erfolgreichen Politiker der goldenen Jahre waren nämlich ausnahmslos auch noch fähige Militärs und die brauchte man dann. Wie diese kurzen Andeutungen zeigen sollen, war die klassische Zeit in Athen zunächst zugleich eine Zeit der politischen Überhitzung. Jeder männliche Athener konnte sich im Prinzip in jedes Amt wählen bzw. losen lassen. Und jeder, der etwas auf sich hielt, hat es wohl auch versucht. Nun waren sie aber alle Laien Spieler, wie wir heute sagen würden. Eine formale Ausbildung gab es nicht, weder was die Verwaltung noch was die Justiz anging. Es gab auch keine Gewaltenteilung in Exekutive, Legislative und Judikative, sondern alle konnten alles machen und zur gleichen Zeit. Die Gerichte waren reine Schöffengerichte und in der Volksversammlung konnte jeder volljährige Athener mitstimmen und ab 30 Jahren auch mitreden. Dieses System hat aber zugleich einen Bedarf an höherer Bildung mit sich gebracht. Man musste sich ja in der Öffentlichkeit profilieren und vor allem die Athener der Oberklasse, die nicht von ihrer Hände Arbeit leben mussten, haben sich nicht nur im Sport, sondern auch in kultureller Weise und in politischer Weise betätigt. Aber auch sonst war ein höherer Bildungsstandard gefragt als nur Lesen, Schreiben und Rechnen und und damit kommen die berühmten Sophisten ins Spiel. Sie waren Wanderlehrer, die von Stadt zu Stadt zogen und höhere Bildung vermittelten. Der goldene Boden ihres Handwerks war aber zweifellos die Rhetorik, denn jeder, der was auf sich hielt, wollte sich sowohl im privaten Umgang wie in der Öffentlichkeit als kompetenten Redner ausweisen. Nicht alle Athener nahmen diese Veränderung des öffentlichen Lebens mit Begeisterung auf. So haben konservativ Gesinnte es mit Misstrauen beobachtet, dass statt der bisher unhinterfragten traditionellen Werte, Sitten und Gebräuchen auf einmal hochgestochenes Wissen und rhetorische Brillanz erforderlich sein sollten, welche sich besonders die reichen jungen Männer mit für viel Geld bei diesen Sophisten antrainierten. Und dieses Misstrauen hat natürlich stark zugenommen, als die Situation in Athen einen Weg zum schlechteren nahm. Und das tat sie im letzten Drittel des fünften Jahrhunderts, als die griechischen Stadtstaaten in den Peloponnesischen Krieg hineinschlitterten. Es war eine Auseinandersetzung zwischen Athen und Sparta, in die aber auch alle anderen Stadtstaaten peu a peu mit hineingezogen wurden, die mit Unterbrechungen 30 Jahre dauerte und mit der völligen Niederlage Athens endete. Heute würden wir sagen, dass die Athener sich insgesamt aufgeführt haben wie Roulette-Spieler. Immer wenn sie gewannen, wollten sie mehr gewinnen, immer wenn sie verloren, das Verlorene wieder gewinnen. Und so ging es, bis gar nichts mehr ging. Im Jahr 404 musste Athen bedingungslos kapitulieren. Die Spartaner haben dann zwar nicht das getan, was sonst durchaus üblich war, nämlich die Stadt zerstören, die Männer töten und die Frauen und Kinder als Sklaven verkaufen. Sie haben aber eine Kommission von Athenern eingesetzt, die eine konservativere Verfassung ausarbeiten sollte. Die Spartaner haben nämlich die Verfassung der radikalen Demokratie als die Ursache für die Umtriebigkeit und die Kriegslust der Athener angesehen. Die Mitglieder dieser Kommission hatten nichts Besseres zu tun, als in Athen binnen Kurzen eine Schreckensherrschaft zu errichten. Das waren die berühmten 30 Tyrannen. Sie ließen innerhalb weniger Monate viele Athener, aber auch fehlerreiche Fremde hinrichten, um ihr Vermögen an sich zu bringen. Die Demokraten haben schließlich außerhalb Athens ein Heer zusammengebracht, die Tyrannen besiegt und die demokratische Verfassung wieder eingesetzt. Und von dann an blieb die Demokratie unangefochten. Wie Sie sich vorstellen können, kam nach diesem tiefen Fall Athens die Frage nach den Verantwortlichen auf. Und da gab es ein allgemeines Fingerzeichen, denn die Gefühle vieler Bürger lag natürlich blank. Vor allem war da die Frage, wer überhaupt für den Niedergang Athens verantwortlich war. Und da zeigten viele Finger auf Leute, die man als subversive Elemente ansah, weil sie die traditionellen Werte infrage gestellt und damit angeblich die Jugend Athens auf falsche Wege geleitet hatten. Und da zeigten anscheinend besonders viele Finger auf Sokrates. Die Anklage lautete auf Asebi, also auf Gottlosigkeit und, noch wichtiger, auf den Verderb der athenischen Jugend. Diese Kombination dürfte der Tatsache geschuldet sein, dass Verderben der Jugend gar kein rechtsgültiger Tatbestand gewesen wäre, während Gottlosigkeit tatsächlich ein Kapitalverbrechen darstellte. Vermutlich meinte man, dass Sokrates auch die traditionellen Gottheiten infrage gestellt hat. Der eigentliche Punkt der Anklage war aber offensichtlich sein Einfluss auf die Jugend. Und das war in der Tat ein heikler Punkt, den viele von den Mitgliedern der Oberklasse, die tatsächlich eine unheilvolle Rolle in der Entwicklung schon während des Krieges und auch danach gespielt hatten, waren als Anhänger des Sokrates bekannt. Dazu gehört insbesondere der einstige Volksliebling Alkibiades, aber eben auch die beiden Anführer der 30 Tyrannen Kritias und Charmedes. Und sie waren passenderweise auch noch nahe Verwandte von Platon. Sie waren nun zwar die prominentesten Missetäter, aber auch viele andere, die sich in den letzten Kriegsjahren immer mal durch unheilvolles Greifen nach der Macht hervorgetan hatten, hatten in ihrer Jugend zu den Anhängern des Sokrates gehört. Sie alle waren stattbekannt. Die Athener hatten ursprünglich wahrscheinlich gar nicht vor, Sokrates zum Tod zu verurteilen, sondern wohl erwartet, dass er für Verbannung plädieren oder sich doch zum Stillschweigen verpflichten würde. Das tat er aber notorischerweise nicht, sondern er hat sich in den Augen der Richter als derartig halsstarrig gezeigt, dass die Mehrheit ihn schließlich zum Tod verurteilt hat. Die Verteidigungsrede, die Platon im Namen des Sokrates verfasst hat, macht sogar begreiflich, warum die Richter das taten. Denn Sokrates unterzieht dort seinen Ankläger einer Befragung, die den gar nicht gut aussehen lässt. Man hat offensichtlich genau darin die subversive Vorgehensweise gesehen, mit der Sokrates respektable Bürger regelmäßig zum Bekenntnis ihrer Unwissenheit gezwungen hat und die natürlich für sie in einer Blamage endeten. In den Augen vieler Athener hat sich Sokrates mit seinen intellektuellen Kreuzverhören zu Respektlosigkeit gegenüber den traditionellen Werten beigetragen, weil seine Opfer sich als hilflos gegenüber seinen Fragestellungen erwiesen und überdies sich das traditionelle Verständnis der Werte so als haltlos gezeigt hat. Viele Bürger konnten offensichtlich keinen Unterschied zwischen Sokrates Fragetechnik und den rhetorischen Tricks und Spitzfindigkeiten der Sophisten sehen, sondern haben Sokrates als stadteigenen Sophisten eingestuft. Dass Intellektuelle in Krisenzeiten oft für Dinge verantwortlich gemacht werden, für die sie gar nichts können, das dürfte uns nichts Neues sein. Das ist immer wieder vorgekommen. In der Philosophie war Sokrates ist allerdings in der Antike das einzige Opfer. Wer, aber so müssen wir uns wieder fragen, war er denn wirklich? Und wie stand er zu den Umbrüchen seiner eigenen Zeit, die Athen sozusagen innerhalb von wenigen Jahrzehnten vom Zenit seiner Macht in den militärischen, finanziellen und auch moralischen Ruin geführt haben? Man soll sich natürlich nicht ungefragt das Sokrates-Bild von Platon zu eigen machen, der ihn nur als engagierten Frager und Mahner darstellt. Das Bild bei Aristophanes aber war ganz offensichtlich eine so grobe Verzerrung, dass man es nicht ernst nehmen kann. Der Sokrates, den uns Platons Altersgenosse Xenophon vorgestellt hat, wirkt wie gesagt so harmlos, dass es unverständlich ist, wieso dieser Sokrates überhaupt Gegenstand der Anklage werden konnte. Und daher bleibt man zwangsläufig bei Platon und sieht insbesondere in den frühen des sogenannten aporetischen Dialogen, in denen Sokrates seine Opfer zum Eingeständnis ihrer Ausweglosigkeit der Aporie nötigt, ein im Wesentlichen zutreffendes Porträt des Sokrates. Nun fragt man sich, wie Platon überhaupt über diese Gespräche hätte Näheres wissen können, in die Sokrates seine Zeitgenossen verwickelt hat. Zum Zeitpunkt des fiktiven Datums vieler dieser Gespräche war Platon noch gar nicht geboren oder ein Kind und aufgeschrieben hat er sie sicher erst in den Jahren nach Sokrates Tod, also sehr viele Jahre später. Platon, der zur Zeit des Todes von Sokrates 27 Jahre alt war, kann Sokrates natürlich erst in seinen letzten Lebensjahren kennengelernt haben. Er dürfte aber gut zugehört haben und eben einen wesentlichen Unterschied zwischen der Argumentationskunst der Sophisten und der des Sokrates herausgehört haben. Zudem dürfte er gemeint haben, dass er selbst Sokrates und seiner kritischen Befragungstechnik zu verdanken hatte, wenn er sich nicht seinen beiden ruchlosen Verwandten angeschlossen hat, die ihm anscheinend durchaus Avancen gemacht hatten. Es dürfte aber vor allem die kritische Distanz zu den Zeitgenossen und ihren als selbstverständlich angesehenen Werten und Meinungen gewesen sein, zu der die Fragetechnik des Sokrates führt, die Platon sich dann zu eigen gemacht hat. Wir wissen nämlich überhaupt nichts von irgendwelcher Beteiligung Platons an politischen Angelegenheiten in Athen. Uns geht es aber natürlich ohnehin nicht um Platons Wirken, sondern um Sokrates. Wenn Sokrates relativ früh eine distanzierte Haltung zu den politischen Verhältnissen in Athen gegenüber eingenommen hat, wie seine soziale Außenseiterposition und seine Mission als kritischer Frager nahelegen, dann müssen ihn dazu gerade die Umbrüche veranlasst haben, die er selbst schon während der angeblichen Glanzzeit Athens wahrgenommen hat und die ihn misstrauisch gegenüber dieser vermeintlichen Blüte gestimmt haben. Nun führt Platon keinen der ganz Großen des öffentlichen Lebens als Opfer des Sokrates vor, wie etwa Perikles oder andere der berühmten Politiker. Er bezieht sie aber dennoch in seine Kritik mit ein, wenn er zum Beispiel seine Auffassung, die Tugend, nämlich die staatsmännische Tugend, sei nicht lehrbar, damit begründet, dass keiner der Heroen der athenischen Demokratie sein angebliches Wissen an seine Freunde und Söhne weitergegeben hat, was sie doch sicher getan hätten, wenn sie es denn gekonnt hätten. Dass die großen Männer in der Tat meistens unwürdige Söhne hatten, war ein besonders wunder Punkt, denn Platon erwähnt diese Tatsache öfters. Sokrates schließt aus dieser Tatsache, dass die hervorragenden Politiker nicht aufgrund von Wissen, sondern von einer natürlichen Begabung und Erfahrung gehandelt haben. dass Platon gleich von der Lehrbarkeit der staatsmännischen Tugend überzeugt war, kommt erst ganz am Ende des Dialogs Mennon zum Ausdruck und wird deshalb oft von Interpreten übersehen. Ich zitiere hier aus Text Nummer 3, Wenn wir auf dem rechten Weg mit unserer Untersuchung waren, dann ist die Tugend weder eine angeborene Fähigkeit, noch wird sie gelehrt, sondern kommt denen, die sie besitzen, aufgrund eines Geschenkes der Götter zu, ohne ein Wissen. Und jetzt kommt's, es sei denn, es gibt einen unserer Staatsmänner, der einen anderen zu einem Staatsmann zu machen vermag. Gäbe es den, dann würde man von ihm sagen, er unterschiede sich von den übrigen Lebenden wie Tiresias von den übrigen Toten. Er allein hatte seinen Verstand behalten, während die übrigen nur wie Schatten herum irrten. So heißt es bei Homer, wo Odysseus die Toten in der Unterwelt trifft und nur der blinde Seher Tiresias seines Verstandes mächtig ist. Aber eben dieser Unterschied, das politische Wissen betreffend, hat Platon anscheinend auf den Gedanken gebracht, dass man es eben doch kann, wenn man es nur richtig anstellt. Wie er es sah, reicht es freilich nicht aus, wie Sokrates seinen Zeitgenossen in Gesprächen auf dem Marktplatz bloß ihre Unwissenheit vor Augen zu führen. Diese Einsicht ist bestenfalls der erste Schritt zur Besserung. Was dann folgen muss, ist eine systematische Klärung der Probleme und dazu hat Platon anscheinend seine Schule gegründet. Sie Wissen vermitteln, die er als die Voraussetzung für echte politische Kompetenz angesehen hat. Nun ist der Anteil, den Sokrates zur Entwicklung von Platons Philosophie beigetragen hat, wie gesagt, schwer zu bestimmen. Man spricht gerne vom sokratischen Platon der Frühdialoge und vom platonischen Platon der mittleren und späten Dialoge. Das ist sicher auch nicht falsch, angesichts der Tatsache, dass Platon 80 Jahre alt geworden ist und anscheinend Zeit seines Lebens Dialoge verfasst hat. Und in manchen der späten, langen und sehr komplizierten Dialogen ist nicht Sokrates der Gespräche, sondern ein Vertreter anderer Richtungen und in den Nommoi, in den Gesetzen ist Sokrates gar nicht mehr da. Von einer Distanzierung von Sokrates kann aber keine Rede sein. Das sieht man schon an der Tatsache, dass in dem späten Dialog Philippus Sokrates wieder in alter Frische auftritt. Wo Platon Sokrates braucht, da lässt er ihn offensichtlich auftreten. Diese Frage können wir nun aber nicht verfolgen. Dass Sokrates insofern eine wichtige Rolle in der Geschichte der Philosophie gespielt hat, als er Platon vom Dichten abgebracht und auf den Weg in die Philosophie gelenkt hat, wird man nach dem Gesagten gern zugeben. Aber das scheint doch noch nicht die Behauptung zu rechtfertigen, dass Sokrates selbst eine Wende von welthistorischem Ausmaß darstellt. Der bloße Themenwechsel, die Abwendung von der Physik und die Hinwendung zur Ethik und Politik und die Bekehrung Platons zur Philosophie würde diese Behauptung in der Tat nicht rechtfertigen. Es kommt aber noch etwas hinzu, was ich bisher nicht erwähnt habe und was man in einem kurzen Vortrag auch leider nicht gebürtend würdigen kann. Aber ich will es doch wenigstens andeuten. Revolutionär war bei Sokrates, so will ich sagen, das Niveau seiner Argumentationstechnik. Und dieses Niveau manifestiert sich schon in Platons Frühdialogen. Laien überlesen oft die neuralgischen Stellen, an denen Sokrates sozusagen die Argumentationsfäden so zieht, dass seine Opfer scheinbar plötzlich und völlig unvorhergesehen nicht mehr ein- noch auswissen, sich also in einer Aporie wiederfinden. Es ist, wie wenn man Judokämpfern zuschaut. Eben noch halten sich die beiden Kontrahenten umklammert und plötzlich liegt einer von ihnen am Boden. Solche Stellen gibt es in allen Frühdialogen und wenn man ehrlich ist, muss man zugeben, dass man selbst, wenn man nicht darauf vorbereitet ist und keine Zeit zum Nachdenken hat, es gar nicht besser machen würde als die Sokrates Opfer. Wir müssen ja auch heute oft Papier und Bleistift zu Hilfe nehmen und uns durch diese Argumente Schritt für Schritt durcharbeiten, um zu sehen, was der springende Punkt ist und wie die Argumentation zu bewerten ist. Und wir müssen dann auch der Frage nachgehen, welchen Ausweg es denn wohl gegeben hätte. Ich nenne dazu nur das sogenannte Eutyphron-Paradox. Es geht von der unscheinbaren Aufforderung aus. Sie haben das Text 4. Überlege dir, ob das Heilige heilig ist, weil die Götter es lieben oder ob sie es lieben, weil es heilig ist. Zuvor hatte Eutyphron nämlich das Heilige als das Gott Geliebte definiert. Und dann wirkt es wirklich verwirrend. Denn Sokrates führt Eutyphron vor Augen, was es mit dem unschuldigen Wörtchen weil auf sich hat, indem er ihn mit einer Reihe analoger Fälle präsentiert, sodass Eutyphron schließlich zugeben muss, dass das Heilige nicht einfach nur mit dem Gott Geliebten gleichzusetzen ist. Wie ihm anscheinend schwant, aber richtig einsehen tut er das natürlich nicht, sollte es doch einen Grund dafür geben, dass die Götter lieben, was sie lieben, auch wenn die griechischen Götter und Göttinnen höchst eigenartige Vorlieben hatten und sich keineswegs Wir können diese Argumentation hier leider nicht weiter nachvollziehen. Zu diesem Paradoxon erscheinen aber auch heutzutage immer wieder neue Artikel. Zu seinen Voraussetzungen, zu seiner Strategie und zu der Legitimität der Argumentation selbst, das heißt, ob es sich nicht doch einfach um einen Trugschluss handelt. Und der Eutyphron ist kein Einzelfall unter Platons sokratischen Dialogen. Auch wenn sie uns zunächst harmlos vorkommen, sie alle haben ihre kniffligen Stellen, die genaue Analysen erfordern, Wort für Wort und Satz für Satz. Ein berühmter Trugschluss, das ist wirklich ein Trugschluss, natürlich, findet sich bei Platon in dem Dialog Eutydemos. Dort sind es aber zwei Sophisten, die ausnahmsweise Sokrates zu ihrem Opfer machen, nicht umgekehrt. Sie werden vielleicht mal von dem Argument gehört haben, deswegen verweise ich darauf, es will nämlich beweisen, dass Sokrates Hund sein Vater ist. Es ist sehr einfach gestrickt, sie haben das auf dem Zettel aufgeschrieben, der Sophist deutet auf den Hund und fragt, ist der Hund deiner? Sokrates bejaht es? Dann fragt der Sophist, ist der Hund Vater? Sokrates bejaht das? Und dann schließt der Sophist, dass der Hund Sokrates Vater ist. Das klingt natürlich erst mal zu dumm, um wahr zu sein. Das meint natürlich auch Platon, der die beiden sophistischen Clowns einen Trick nach dem anderen abziehen lässt. Und Sokrates wehrt sich nicht mal dagegen. Nicht so dumm ist aber zu erklären, was daran falsch ist. Das kann man daran sehen, dass folgendes scheinbar ganz ähnliches Argument völlig legitim wäre. Ist dieses Buch dein? Ja, ist das Buch gut? Ja, dies ist dein gutes Buch. Der Unterschied ist nur kurz gefasst, dass in dem Argument vom Hund das Possessivum dein mit dem Relativbegriff Vater kombiniert wird, in dem Argument vom Buch dagegen das Possessivum dein mit dem Adjektiv gut. Das Relativum ist aber, wie wir heute sagen, ein unvollständiges Prädikat. Vater von ist zu ergänzen durch Vater von jungen Hunden und dann funktioniert das Argument natürlich nicht. Wir haben nun heutzutage die passende Terminologie und können daher leicht sagen, warum das eine Argument eine Fallatia Kompositionis darstellt, das andere nicht. Zur Zeit des Sokrates fehlten aber nicht nur die erforderlichen Begrifflichkeiten, sondern man musste sich auch erst mal über die sachlichen Unterschiede zwischen verschiedenartigen Prädikaten ins Klare kommen und das erfordert eine erhebliche Denkarbeit und an Relativbegriffen hat Platon sich auch später noch weitlich abgearbeitet. Woher wissen wir aber, dass Argumente dieser Art schon von Sokrates und nicht erst von Platon präsentiert worden sind? Wissen im strengen Sinn tun wir das natürlich nicht. Aber diese Argumentationskunst muss einer der Hauptanziehungspunkte an Sokrates gewesen sein und zwar nicht nur für Platon sondern auch für viele andere der jungen Männer die sich um ihn gescharrt haben. Manche dürfen in dieser Kunst wohl nur das Mittel gesehen haben andere aufs Kreuz zu legen und damit zu brillieren. Eben deswegen konnten einfache Athener keinen Unterschied zwischen Sokrates und den Sophisten erkennen. Aber Platon und wohl auch andere haben darin eine ganz neue Qualität des Argumentierens gesehen auf einem ganz neuen Niveau. Wie Platon dazu in seinem Dialog der Sophist zum Unterschied zwischen einem Sophisten und einem Denker wie Sokrates erklärt, die beide Argumente prüfen und widerlegen, wobei aber nur der eine für Ordnung im Kopf sorgt und falsche Meinungen beseitigt, während der andere das nur scheinbar tut. Wie es dann heißt, sie sehen einander aber doch sehr ähnlich. Und dann die Antwort, sieht doch der Wolf dem Hund ganz ähnlich, das wildeste, dem zahmsten Tier. Wir können das nun leider nicht weiter vertiefen. Zu dem argumentativen Niveau, das sich in Platons Dialogen von früh auf manifestiert, muss man sagen, wenn auch nur einige der Argumente, die Platon ihn vortragen lässt, von Sokrates stammen, dann hat sich damit in der Tat eine ganz neue Dimension im Geistesleben aufgetan. Man will den Vorsokratiken natürlich diesbezüglich kein Unrecht tun, zumal keine ihrer Schriften das Ende der Antike überlebt haben. Wir kennen sie nur aus ihren sogenannten Fragmenten, das heißt aufgrund von Zitaten bei späteren Autoren. Es spricht aber alles dagegen, dass ihre relativ kurzen Schriften über die Natur es an argumentativem Arafinement auch nur ansatzweise mit der sokratischen Art des Argumentierens aufnehmen konnten. Auch wenn sie über die Sinssprüche der sieben Weisen hinausgegangen sind, haben sie doch ihre Meinungen nur dekretiert und nicht begründet. Es ist zwar sehr schön bei Heraklit zu lesen, sie haben das auf Text sieben Der Krieg ist der Vater aller Dinge König Die einen erweist er als Götter die anderen als Menschen Die einen macht er zu Sklaven die anderen zu Freien. Und eindrucksvoll ist es auch vom großen Parmenides zu erfahren, dass es das Nichtsein das Werden und Vergehen und eine Vielheit des Seins gar nicht gibt, weil sich Nichtseiendes nicht denken lässt. Es steht Text 8 Der andere Pfad, das Nichtsein notwendig ist, sage dir, ist ganz unerkundbar, denn weder erkennen könntest du das Nichtseiende noch aussprechen. Aber das sind gewissermaßen philosophische Machtworte, keine Begründungen und schon gar nicht von solcher Art, wie sie Sokrates seinen Mitunterrednern abverlangt. Das und wie die Argumentationskunst in der Akademie gepflegt wurde, wissen wir aus Aristoteles Topic, seinem Lehrbuch über das, was wir informale Logik nennen können. Wie es Aristoteles ankündigt, ist es ein Verfahren, aufgrund dessen wir in der Lage sein werden, über jedes vorgelegte Problem aus anerkannten Meinungen zu deduzieren und wenn wir selbst ein Argument vertreten, nichts Widersprüchliches zu sagen. Diese informelle Logik der Topic, die anscheinend in Diskussionsspielen geübt wurde, hat Aristoteles dann zur formalen Logik der Analytiken mit Variablen und Operatoren weiterentwickelt. Aber das war dann Aristoteles eigene Errungenschaft, die für über 2000 Jahre die Logik schlechthin geblieben ist. Logisch korrektes Argumentieren war natürlich nicht das Einzige, was an der Akademie gelehrt wurde. Zwar wissen wir nicht, ob das Bildungsprogramm, das Platon in der Politeia in seiner Schrift über den Staat für die Philosophenkönige und Königinnen entwirft, genau dem Lehrplan in der Akademie entsprochen hat. Nach einer sorgfältigen Charakterauslese erfahren die Anwärter nämlich eine gründliche Ausbildung in den Artes Liberales, das heißt in Arithmetik, Geometrie, Astronomie und theoretische Harmonik. Erst danach werden sie in die Dialektik eingeführt, in die scharfe Denk- und Unterscheidungskunst, die Platon für unerlässlich gehalten hat. Ob Platon später noch die Hoffnung gehegt hat, nicht bloß die höheren Wissenschaften, sondern auch politische Wissenschaft für aktive Politiker vermitteln zu können, das wissen wir leider nicht. Was dafür spricht, ist aber die Tatsache, dass auch sein Schüler Aristoteles das später noch gehofft hat. Denn er wendet es sich in seiner Ethik und Politik explizit an Hörer bzw. Leser, die sich mit der Politik befassen wollen, genauer gesagt mit der Gesetzgebung. Und denen will er ein entsprechendes Wissen über politische Angelegenheiten vermitteln. Dazu ist es dann, so kann man sagen, leider nicht gekommen. Nach der Machtergreifung durch die Makedonen in ganz Griechenland hat es die kleine autonome Polis nicht mehr gegeben und damit auch nicht mehr das Ziel, Politiker zum genauen und scharfen Denken zu erziehen. Nun sind wir anscheinend von Sokrates abgekommen, zu Platons Bildungseinrichtung und schließlich zu Aristoteles, dem sicher eigenwilligsten Schüler Platons. Aber ohne diesen weiter vertiefen zu können, will ich meine Ausführungen abschließend so zusammenfassen. Hinter Sokrates argumentatives argumentatives Raffinement gab es keinen Weg zurück. Und ohne Sokrates kein Platon und ohne Platon kein Aristoteles. Es war ein Dreigestirn von je auf ihre Art einmaligen Denkern, welche die ganze Philosophie und damit auch die ganze westliche Wissenschaftsgeschichte entscheidend geprägt haben. Ein solches Dreigestirn hat es jedenfalls in der Philosophie, aber vielleicht auch sonst nicht, nie wiedergegeben. Zur Einmaligkeit der Bedeutung des Sokrates sei noch die Beobachtung hinzugefügt, dass er sich von allen anderen Philosophen der Antike darin unterscheidet, dass nie die Rede von Neo- oder Neusokratikern war oder ist. Meine kurz gefasste Erklärung für diese Tatsache ist, dass Sokrates eben nie weg war, sodass es auch keine Sokrates-Renaissance gegeben hat. Man musste ihn nicht zurückholen und neu aufpolieren. Viele Leute haben sich freilich immer wieder auf Sokrates berufen. Erasmus von Rotterdam hat ihn sogar wie einen Schutzheiligen behandelt. Sankte Sokrates Ora Pronobis heißt es bei ihm einmal. Heiliger Sokrates, biete für uns. Sokrates war und ist auch bis heute noch vielen, vieles. Natürlich in manchen mehr und manchen weniger, aber das sollte ihm erst mal jemand nachmachen. Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte eine Frage. Würden Sie sagen, dass einer der Gründe dafür ist, dass es keine Sokratiker gibt, die Tatsache, dass Sokrates selber keine positiven, bestimmten Lehren vorgetragen hat, sondern eher eine Methode, die vielleicht subjektiv geprägt dazu führt, dass alle möglichen Inhalte, Bestimmtheit und so weiter aufgelöst werden, infrage gestellt werden, hin- und hergeworfen werden. Also viele Dialoge enden ja in der Aporie. Und dass da ein vielleicht so skeptisches, nihilistisches, zersetzendes Potenzial erkannt wurde, auch von den Mächtigen, die das dann eher als Gefahr sahen. Und dass, wenn dann so Aussagen gemacht werden, wie der Idealstaat in der Republik, dass es dann eher Platon ist und weniger Sokrates. Und die andere Frage wäre, zeigt Sokrates Ihrer Meinung nach die Grenzen des Verstandesdenkens auf, indem er zum Beispiel also sich weder für das eine noch für das viele entscheiden möchte in Parmenides oder auch in seiner Kritik an Parmenides und der Lehre des einen und stattdessen eine Art von spekulativer Einheit von viel um einem verteidigen verteidigen möchte, die aber vielleicht mit dem klassischen Verstandesdenken nicht nachvollziehbar ist. Also ich habe nur gesagt, dass es keine Neosokratiker gibt, keine Neosokratiker. Sokratiker gab es unendlich viele, die in der Spätantike und Spätantike haben im Gegenteil außer den Epikurieren sich sämtliche auf Sokrates berufen, sowohl die Stoiker wie auch natürlich die Skeptiker. Also es gab eine Riesenmenge und es gibt ja auch heute Leute, heute noch Leute, die so tun, als ob ihre Argumente sokratisch wären, nicht? Also ich mir ist das oft passiert, dass irgendjemand das behauptet hat. Also im Gegenteil, Sokrates war eigentlich nie weg. Die Frage natürlich, die sie eigentlich haben ist, wer war er denn nun wirklich und welche von Platons Dialogen kann man denn überhaupt mit Sokrates zusammenbringen? Ich würde sagen, der Parmenides vielleicht am allerwenigsten, denn da tritt ja schließlich der alte Parmenides auf und zwirbelt erst mal den jungen Sokrates und zeigt ihm, dass so man die Ideen ihre jedenfalls nicht verteidigen kann und dann nimmt er diesen jungen Mann vor, der immer nur Ja und Nein sagt und jagt den durch eine unwahrscheinliche Argumentation, von der man bis heute nicht genau weiß, wie man sie eigentlich genau verstehen soll. Jedenfalls, wie es angekündigt wird vom alten Parmenides, ist das ein anstrengendes Spiel, das als Vorübung für den Umgang mit der Ideenlehre zu verstehen ist. Wo man sich sagt, also wenn man durch diese Vorübung gegangen ist, ist man meistens so erschöpft, dass einem nichts mehr einfällt. Das muss Platon mit Absicht gemacht haben. Aber genau was wir daraus lernen, jedenfalls es war nicht Sokrates, der das macht. Also Sokrates ist nicht so weit gegangen, aber er hat ja auch bei Platon, da gibt es eigentlich keine so vollkommene Grenze. Wenn Sie an den Theatät denken, da tritt Sokrates nur als die Hebamme auf und sagt, er ist nur Geburtshelfer für junge Männer, die da mit Gedanken schwanger gehen und die bringt er da zur Welt und schaut dann, ob die was taugen oder ob sie nichts taugen. Das ist wieder ein anderer Sokrates. Aber jedenfalls hat Platon wohl gefunden, die Argumentationskunst, und darauf wollte ich hinaus, die verdankt er wirklich Sokrates und das hat ihn auf eine ganz andere Bahn geführt. Und man kann sagen, es hat die Philosophie auf eine ganz andere Bahn geführt. Wer weiß, was aus der Philosophie sonst geworden wäre in Griechenland und dann eben auch in der westlichen Welt, denn es war ja sozusagen eine sehr wesentliche Weichenstellung. Ja, vielleicht eine Frage von mir. Um versuchen, es auf den Punkt zu bringen, was vielleicht nicht möglich ist, könnte man vielleicht sagen, es ist eine bestimmte Form von Sprachkritik und Sprachkritik, die in dieser Form vor Sokrates noch nicht vorhanden war. Also das kann man sicher sagen. Platon unterscheidet nicht immer zwischen Sprache und Denken, nicht? Also es geht natürlich, und ich glaube, es hätte er auch so nicht gemacht erst mal, erst mal, weil er sicherlich gedacht hat, sprachliche Unterscheidung, ja, das haben ja die Sophisten schon gemacht. Aber es muss ja die Bedeutung dahinter sein. Und deswegen lässt sich das sozusagen nicht wirklich trennen. Aber wir würden natürlich sagen, vieles, und deswegen auch dieses Beispiel mit dem Hund, nicht? Da ist ja ein dummes Argument. Aber man muss erst sich mal überlegen, was macht denn die Sprache da? Und warum lassen wir uns da sozusagen erstmal hilflos einwickeln? Ja, und dann muss man sagen, da muss man eben erstmal die sprachlichen Unterscheidungen machen und dann sehen, was steht denn hinter den sprachlichen Unterscheidungen. Sind das nur Tricks oder sind da wirklich wichtige Unterscheidungen zu machen? Und man kann sagen, Aristoteles Kategorienlehre ist sozusagen die Konsequenz daraus, dass man eben auch der Sache nach Unterscheidungen machen muss. Nicht nur die Sprache, sondern eben auch das, was die Sprache eben macht, wenn sie ordentlich gehandhabt wird. Ja, vielen Dank, Frau Frede. Das war ganz toll für mich zu hören, dass Sie, ja, also die Wende, die mit Sokrates eintritt, ja eigentlich in der Dialektik-Szene eine Argumentationskunst. Und Sie hatten ja auch kurz angedeutet, in der Akademie war es natürlich so, dass erst die mathematischen Fächer gelehrt und gelernt werden mussten und dann konnte man Dialektik betreiben. Das ist ja dann in den späteren Wissenschaftssystemen, also Septem Artes, genau umgekehrt. Wie ist das eigentlich dazu gekommen? Also das ist jetzt eine philosophiehistorische Frage. Wo genau passiert das eigentlich, dass die Dialektik dann zum sozusagen Trivium gehört, also das heißt zur Vorbereitung eigentlich der wissenschaftlichen Beschäftigung. Also um nur das zu sagen, die sieben sind eben Grammatik, Rhetorik und Dialektik, die kommen erst und dann kommt eben Arithmetik, Geometrie, Astronomie und Harmonik, nicht? Ganz richtig. Und die beiden drei, die werden erst, und Trivial kommt ja vom Trivium, nicht? Ich nehme an, wir wissen es ja nicht genau, wie das gegangen ist, denn nach Platon und Aristoteles sind dann ja erst mal 200 Jahre, über die wir wirklich wenig wissen, wer da was gemacht hat und wie da unterrichtet worden ist. Die Akademie ist ja anscheinend eben durch die Belagerung Athens durch die Römer dann zum Ende gekommen. Sulla scheint die Bäume an der Akademie gefällt zu haben und daraus Katapulte zu bauen. Und dann war es nichts mehr. Aber was dazwischen war, wissen wir einfach nicht. Aber meine Vermutung ist, es lag an Aristoteles, dass die aristotelische Logik sozusagen dann eben sozusagen den Schuljungen eingebläut werden konnte. Wie sehr sie davon, wie viel sie davon verstanden haben, ist so eine andere Frage. Aber jedenfalls, es war dann sozusagen ein Text da, die ersten Analytiken und dann die zweiten Analytiken. Und das konnten zumindest diejenigen, die sowas überhaupt konnten, eben lernen, so wie wir eben auch doch relativ früh einen Logikkurs am Anfang des Studiums machen. Sicher, wie anspruchsvoll das dann war, das wissen wir ja leider alles gar nicht. Aber das wird eben dazu beigetragen haben, dass das dann so gewesen ist. Die höhere Dialektik ist ja nicht die Logik. Die höhere Dialektik ist dann eben die Beschäftigung mit den Begriffen und ihrer metaphysischen Bedeutung. Das war dann sicherlich Teil der Metaphysik. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe zwei Fragen. Eine sehr spezifische Verständnisfrage und zwar der T5. Ist der in der Originalsprache, also trickst der einen da mehr aus? Weil im Deutschen bin ich mehr verwirrt, als dass ich diesen, mein Vater ist ein Hund, den Trick annehmen würde. Ja. Also ist das in, weil ich könnte das nicht beurteilen. Es geht natürlich sehr schnell, aber es ist so genau so eigentlich, wie ich das hier aufgeschrieben habe. Und es ist ja nicht Sokrates, Sokrates ist ja sozusagen der Antworter und der wehrt sich gar nicht. Es sind diese Sophisten, die eben lauter solche Tricks auf Lager haben. Und da sieht man dann eben sozusagen, selbst ein Sokrates, wenn Leute solche Tricks einen nach dem anderen zünden, dann weiß man nicht, was man damit anfangen kann. Aber es ist tatsächlich so. Und die andere wäre, die etwas genereller ist, was würden Sie denn sagen, könnte man heute von Sokrates lernen? Ja. Also in dieser Zeit der Umbrüche. Naja, eben sich Rechenschaft abzulegen, nicht über das, was man sagt, was man meint und auch wie man lebt. Ich meine, das ist ja nicht trivial. Und dass die Leute sich darüber dann so aufgeregt haben, die haben sich eben wirklich kritisiert gefühlt. Und das war natürlich umso schlimmer, deswegen bin ich so auf die Politik eingegangen, als es zu der Zeit, als Sokrates ein alter Mann war, war es mit der athenischen Demokratie nichts mehr. Und die Stadt lag sozusagen in Trümmern. Und man kann so sagen, Sokrates hat das irgendwie begleitet. Und darum wollte man ihn wohl auch loswerden. Und man muss sich sagen, das ist wirklich das Wichtigste an Sokrates, dass man Leuten manchmal sagen möchte, es oft nicht tut. Wisst ihr eigentlich, was ihr da macht und warum ihr das macht und worauf eure Meinungen wirklich beruhen? Und das ist sicherlich nie weggegangen. Und ich nehme auch an, das war genau das, was Erasmus von Rotterdam an Sokrates so gut fand und ihn deswegen sozusagen beschwört, dass Sokrates für uns beten möge, damit wir nicht so verblendet sind, wie wir sind. Also das ist sozusagen immer noch die Herausforderung von Sokrates. Ja, vielen Dank. Also ich fand auch Ihren Vortrag sehr, sehr reichhaltig. Ich habe auch nur eine ganz kleine Frage. Sie haben erwähnt, dass Platon seinen Sokrates auch benutzt hat in seinen Schriften, um sozusagen den Athenern vor Augen zu führen, wen sie dann da eigentlich um die Ecke gebracht haben. Kann man das sagen, hat er Erfolg gehabt damit in seiner Zeit oder ist es tatsächlich erst etwas, was dann später dann auch in der Philosophiegeschichte sich gezeigt hat? Also die meisten Athener waren ziemlich schnell nicht mehr sehr angetan davon, dass sie das gemacht hatten. Also das scheint sozusagen, ja, es war wohl, wie man so sagt, eine Überreaktion und die fanden, dass das kein Ruhmesblatt war. Manche haben immer noch gefunden, Sokrates sei nichts anderes als ein Sophist gewesen. Also dieser eine Redner, der schreibt noch 50 Jahre später, der Sophist Sokrates. Aber die meisten, also vor allem die Verantwortlichen, fanden das wohl kein Ruhmesblatt. Und das ist wohl auch einer der Gründe davon gewesen. Wir haben nie was davon gehört, dass Platon angegriffen worden wäre. Der hat da seine Akademie gegründet und hat da alles Mögliche gesagt und geschrieben und nie gab es, hat es irgendeine, auch nur eine Bemerkung gegeben, dass er da Schwierigkeiten hatte in Athen. Und in vieler Hinsicht würde man das doch eher von Platon erwarten als gerade bei Sokrates. Aber das ist meine Erklärung. Ja, nochmal meine Frage aufnehmend, oder Herr Busse weitergesponnen. Sie haben ja extrem viel Lehrerfahrung auch an vielen verschiedenen Universitäten und in verschiedenen Ländern. Und wenn Sie den Blick auf Sokrates und Platon haben und dann auf die Philosophie, wie sie heute unterrichtet wird und gelehrt wird an den Universitäten, hätten Sie dann eine andere Vorstellung, wie das passieren sollte? Wir haben ja vorher gehört, wir fangen mit Logik an und machen Grundkurse und so weiter. Und gerade vor dem Hintergrund von Sokrates und Platon, hätten Sie dann eine andere Vorstellung davon, wie man heute Philosophie lehren sollte? Naja, also ich meine, ich hatte ja zwei Punkte eigentlich. Einer war die Politik, das war sozusagen die große Veränderung, die Sokrates bewirkt hat. Und das andere war die Argumentationskunst. Ja, in der Philosophie, Ethik und Politik spielen eine gewisse Rolle. Es gibt ja auch immer die Bindestrich-Philosophie, also praktische Philosophie, aber dann auch politische Philosophie und Philosophie der So und So. Also das gibt es alles. Was Platon nun sagen würde und was ich sagen will über die große Spezialisierung, so wie der analytischen Philosophie, das weiß ich nicht. Und ich bin da selber oft sehr gespalten, denn ich habe das Gefühl, ja, bei vielen wird das so als Selbstzweck betrieben. Und sie fragen sich auch gar nicht mehr, da habe ich so mehr meine amerikanischen Kollegen, die ich so gekannt habe und immer noch kenne, sie fragen sich eigentlich auch gar nie, wozu das eigentlich gut ist, was sie da machen. Also es wird immer spezialisierter und wer diese Manöver nicht kennt, der kann da auch gar nicht mitreden, weil man diese ganzen Feinheiten nicht übersieht. Aber wozu das eigentlich gut sein soll? Und ja, sie fragen sich ja auch nie. Es ist mir einmal gelungen, den mittlerweile ja verstorbenen Gil Harmon in Verlegenheit zu setzen. Er hatte nämlich zu mir irgendwie so gesagt, wieder mal so etwas gegen Geschichte der Philosophie. Und dann habe ich gesagt, Gil, you're only saying that because you don't think that in a hundred years you will at best be a footnote. Und dann macht er es so und ich hatte so das Gefühl, in hundert Jahren, das war für ihn überhaupt, das war gar nicht auf dem Horizont. Und deswegen wusste er gar nicht, was er dazu sagen sollte. Und so kommt mir das manchmal vor. Nun weiß man ja nicht, was Platon gemeint hat, was in hundert Jahren nach ihm sein würde. Und das kann man ja auch alles gar nicht wissen. Aber man hat so das Gefühl, die zeitliche Dimension war ihnen eben klar. Und während das heutzutage vielen nicht mehr klar ist. Ja. Ja, auch nochmal von mir vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte eine Frage, das an das anschließt, was Sie gerade gesagt haben. Und zwar, Sie hatten jetzt gesagt, dass ein Umbruch, den Sokrates vor allem initiiert hatte, der war, dass dort die Philosophie, sagen wir mal, zum sehr klaren, problemorientierten Sammeln und Prüfen von Gründen wurde. Dass man vor allem mit Gründen gearbeitet hat und die geprüft hat. Jetzt hatte ich mich aber gefragt, auch weil Sie gerade gesagt hatten, es gibt eine immer weiter voranschreitende Spezialisierung und so weiter, wo man sich die Frage stellt, was bringt das eigentlich? Wäre meine Frage, ist es bei Sokrates wirklich nur die Form, die neu ist? Oder nicht auch der Ort, an dem er es betreibt? Weil er die Philosophie aus den Schulen auf den Marktplatz holt und quasi in die Lebenswelt, was Platon dann in gewisser Weise wieder rückgängig macht. Und die Frage nicht zu stellen ist, ob das nicht auch ein Teil des Umbruchs bei ihm ist, wo man sagen könnte, da könnte man vielleicht heute vielleicht noch was mitnehmen davon. Das sage ich jetzt vor allem aus der Fachdidaktik Philosophie und Ethik kommen. Also der Bereich, der ja versucht, die Philosophie in die Lebenswelt zu bringen. So als Frage und Überlegung. Also das eine muss man sagen, es gab vorher keine Schulen. Die einzige Gemeinde, die es gab, war die der Pythagorea. Aber sonst gab es keine Schulen vor Platons Akademie. Wie Heraklit, der hatte vielleicht Anhänger, die so ab und zu gekommen sind. Aber wir wissen es überhaupt nicht. Schulen gab es jedenfalls keine. Und insofern hat Sokrates da nichts gemacht. Aber er hat sozusagen, ja, deswegen habe ich auch die Politik so betont. Der hat in der Öffentlichkeit sozusagen, das war ja auch ein Ärgernis, aber es war eben sozusagen, wie man es sagen kann, ein fruchtbares Ärgernis. Oder hätte das sein können, dass er die Leute zwingt sozusagen zu reflektiertem Denken und genauem Denken. Und ja, man weiß ja auch heutzutage, wie so oft so dahergeredet wird. Und die Leute eben nicht nachdenken, genau nachdenken über das, was sie sagen und meinen. Und das hat Sokrates wirklich beeinflusst, wie sehr sozusagen man das in die Öffentlichkeit tragen kann. Das ist eben schwierig, nicht? Aber wenn genug Leute da sind, so wie Platon und die anderen Sokratiker, von denen wir eben nicht wissen, wie gut die eigentlich waren, weil wir eben von denen keine Schriften mehr haben. Aber Platon stand ja nicht allein da. Er war nur der erfolgreichste mit der Gründung seiner Schule. Und das hat ja eben ein paar Jahrhunderte gedauert. Und so ist es auch mit Aristoteles Schule gewesen. Und ja, wie man sozusagen die Philosophie, es ist eben immer etwas schwierig zu sagen, die Philosophen müssten sozusagen näher in die Öffentlichkeit gehen. Das ist wirklich schwierig, denn Sie wissen ja, dass viel Aufmerksamkeit für längere Zeit kann man eben doch schlicht erwecken. Das kann man immer nur so stellenweise tun. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass zumindest die Schulung im Umgang mit Gedanken, dass das bei vielen Leuten was bewirkt oder bei manchen Leuten was bewirkt. Und es hat natürlich, und das muss man sagen, das ist indirekt, aber es hat eben die ganze Wissenschaft beeinflusst. Die Wissenschaft, die vor Platon gab es bei den Griechen sehr gute Mathematiker und es gab auch Astronomen, aber die haben sich da an die Schule gezogen gefühlt. Die waren auf einmal plötzlich, hatten die dann auch diesen Hintergrund. Und natürlich, Platon hat sehr gut genau gewusst und Aristoteles wusste es auch, dass er kein Mathematiker ist. Aber dass da eben sozusagen eine gegenseitige Befruchtung stattgefunden hat, die es vorher in dieser Weise nicht gegeben hat. Und das Niveau ist ja dann auch ganz schnell wirklich angestiegen. Jemand wie Archimedes, das waren eben dann wirklich, das waren Weltklasse-Mathematiker. Gut, wenn man keine Fragen mehr gibt, dann vielen, vielen Dank, Frau Bede. Bitte schön. Ich bin ganz kurz, nächste Woche kommt Herr Kuhlenkamp und der spricht über Baumgartensethik und was Kahn daraus gemacht hat. Ich freue mich, dass der wieder kommt. Schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.